Als Gesellschaft der Unternehmensgruppe des Internationalen Bundes ist die EB Südwest GmbH mit rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an knapp 100 Standorten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aktiv. Mit einer Vielfalt an gemeindenahen Bildungsangeboten, unterschiedlichen Wohn-, Beratungs- und Betreuungsformen begleiten und unterstützen wir Menschen von jung bis alt. Geborgen aufwachsen In unseren Kindertagesstätten und Horten betreuen wir Kinder zwischen dem ersten und zwölften Lebensjahr. Dabei legen wir großen Wert auf eine ganzheitliche Förderung, bei der die Kinder ihre Fähigkeiten entfalten und ihr Selbstbewusstsein entwickeln können. So selbstbestimmt wie möglich leben und dabei trotzdem die notwendige Unterstützung erhalten. Nach diesem Gedanken richten wir unsere Arbeit in den Seniorenzentren mit Tagespflegeangeboten aus. Eine hoffnungsvollere Zukunft Wir betreuen, beraten und unterstützen geflüchtete Menschen sowie Migrantinnen und Migranten auf vielfältige Art und Weise auf ihrem Weg der Integration. Dabei erhalten auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eine sichere Unterkunft sowie notwendige Grundlagen und die entsprechende Hilfe, um sich best und schnellstmöglich in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Musik 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 Moderne und maßgeschneiderte Angebote rund um das Arbeitsfeld berufliche Bildung. Wir bieten eine Vielzahl an berufsvorbereitenden Lehrgängen, Aktivierungshilfen, Beschäftigungsprojekten und berufspraktischen Fort- und Weiterbildungen. Offenheit, Partizipation und Freiwilligkeit Mit unseren Angeboten im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit möchten wir junge Menschen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten und fördern. Untertitelung des ZDF, 2020 Selbstverständlich mittendrin Mit einem breiten Spektrum an flexiblen und gemeindenahen Wohn-, Beratungs- und Betreuungsformen fördern und unterstützen wir Menschen mit geistigen, seelischen und oder körperlichen Beeinträchtigungen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Weltweit aktiv Fachkräfteaustausch, Jugendbegegnungen, Seminare und Projekte mit Menschen und Organisationen aus ganz Europa sowie anderen Teilen der Welt bestimmen unsere internationale Arbeit. Perspektiven aufzeigen Perspektiven aufzeigen Mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, Gruppen und in Klassenverbänden Soziales Engagement Unsere Freiwilligendienste bieten die Chance, sich auf begrenzte Zeit sozial zu engagieren und dabei persönliche Interessen auszuloten und Erfahrungen zu sammeln. Künstlerisch kreativ Von Film über Kunst bis hin zu Musikprojekten In vielen Arbeitsfeldern sind Kunst- und Kulturprojekte wichtige Bestandteile des pädagogischen Konzeptes und Teil der täglichen Arbeit. Auf Augenhöhe begegnen, unterstützen, Menschsein stärken Konstenschaftspel Interesse Entspel 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 Should Ist Ist T Bis zum nächsten Mal.